Hallo und herzlich willkommen zum MOOC Computational Thinking mit BBC Microbit, der MOOC zum freien Schulbuch. Im Laufe der nächsten fünf Wochen dürfen wir Ihnen das Schulbuch Computational Thinking mit BBC Microbit Digitale Bildung in der Sekundarstufe näher bringen. Dabei werden Sie nicht nur das Schulbuch an sich unter die Lupe nehmen, sondern Sie werden selbst Schritt für Schritt das Programmieren mit dem BBC Microbit lernen, damit Sie Ihre Schülerinnen und Schüler bestmöglich anleiten und unterstützen können. Das Beste zuallererst. Das Schulbuch Computational Thinking mit BBC Microbit ist eine OER, eine Open Educational Resource. Das bedeutet, es handelt sich dabei um eine frei zugängliche Bildungsressource. Es kann nämlich nicht nur über die Schulbuchaktion bestellt werden, sondern ist in digitaler Form für alle kostenlos verfügbar. Da das Buch unter eine CC BY Lizenz gestellt wurde, können die Inhalte und Materialien unter Namensnennung beliebig vervielfältigt, weiterverbreitet und bearbeitet werden. Ein Traum für Lehrpersonen. Was bedeutet das nun im Detail? Wenn Sie zum Beispiel eine Seite des Schulbuches verwenden und abändern, ist das möglich. Sie müssen dabei nur folgende Angaben hinzufügen. Den Namen des Urhebers, in diesem Fall die Herausgeber, den Titel des Werkes, die URL zum Werk, den Verweis auf die Lizenzurkunde, in diesem Fall CC BY 4.0 und einen Bearbeitungshinweis, falls Sie Änderungen vorgenommen haben. Eine weitere Besonderheit des Schulbuches ist die Ergänzung durch digitale Inhalte, welche sich in einem Wiki befinden. Dort werden Informationen und Aufgabenstellungen aus dem Buch wiederholt und mit Hinweisen, Hilfestellungen und Videos erweitert. Die Wiki-Seite finden Sie entweder unter diesem Link oder mit Hilfe von QR-Codes, welche Sie an mehreren Stellen im Schulbuch finden werden. Warum geht es aber nun in unserem Schulbuch? Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 sollen mit Hilfe des Buches und einem BBC Microbit Computational Thinking erlernen. Dabei geht es um die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, diese eventuell in Teilprobleme zu zerlegen und diese schlussendlich schrittweise lösen zu können. Zur Lösungsfindung lernen die Jugendlichen, klare Anweisungen am Computer zu geben, also diese zu programmieren. Dabei hilft die Verwendung des BBC Microbit, welcher letztlich die Programme der Schülerinnen und Schüler ausführen kann. So wird der produzierte Code auch greifbarer. Bei dem BBC Microbit handelt es sich um eine Platine, die speziell für die Schule entwickelt wurde und einen sehr niederschwelligen technischen Einstieg in Coding und Computing darstellt. Ein weiteres spannendes Merkmal des Schulbuches fehlt aber noch. Bei der Erstellung der Aufgaben wurde besonders darauf geachtet, dass diese nicht nur für den Informatikunterricht konzipiert sind. Fast alle der Programmieraufgaben sind fächerübergreifend bzw. fächerintegrativ angelegt. Die Schülerinnen und Schüler können diese also nicht nur im Gegenstand Informatik bzw. digitale Grundbildung erarbeiten, sondern auch in den Fächern Bewegung und Sport, bilderische Erziehung, Biologie und Umweltkunde, Chemie, Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde, Gesundheit und Ernährung, Mathematik, Musik, Physik und Werken. Sie sehen, da ist für fast alle Lehrpersonen etwas dabei. Zudem sind die Beispiele in drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt. Diese sind im Buch farblich markiert. Entwickelt wurde das Schulbuch Computational Thinking mit BBC Microbit im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von einer Gruppe von österreichischen Fachexperten von sieben verschiedenen pädagogischen Hochschulen und der Technischen Universität Graz. Nun aber ran an einem BBC Microbit. Aber was können wir eigentlich alles mit dieser Platine anstellen? Das erfahren Sie im nächsten Video.